Ja, Hallöchen zusammen zum nächsten Part. Pokémon Flora Sky. Wir sind hier in Playpix City jetzt. Ab, da wollte ich nicht hin. Und wollten heute der Arena-Leiterin, ich glaube Aragi hieß sie, aus Tay City helfen. Die hatten ein Problem mit ihrem komischen Forschungs-Labor-Dings-Bums-Kartoffel-Keine-Ahnung. Und, ähm, naja, die wollten wir uns jetzt irgendwie, ja, wir wollten hier helfen. Ja, genau, so sieht das jedenfalls aus und deswegen suchen wir die jetzt. Ja, ja, schön, Cedra, hey. By the way, habe ich vielleicht noch, ich weiß nicht, wie lange wir dafür brauchen werden, ansonsten habe ich noch eine Kleinigkeit. Ah, schau mal, hier ist eine Höhle. Meteorfälle. Ah. Okay, die sehen irgendwie anders aus. Sollten wir das erledigt haben, habe ich noch eine kleine andere Kleinigkeit so, äh, geplant, die ich da noch erledigen wollte. Aber das werden wir erst später machen. Jetzt werden wir das hier alles erledigt haben. Hier ist nichts, okay. Äh, Waterfall haben wir noch nicht, da kommen wir noch nicht den Dings hoch. Ein Klink. Level 30, uh, oh mein Gott. Das wird uns umbringen, wenn wir, äh, ne, und so. Voll krass und so. Ist hier noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Okay, ähm. Road F. Okay. Sky? Moin. Hey Kamiru, I haven't battled with you for a long time. Why don't we do it right here, right now? Duh, uh, nein. Nein, Sky, warum? Shalgon. Ähm, Typ Drache. Typ Drache, Typ Drache, Typ Drache, Typ Drache. Ich bleib erstmal drin. Hiermit. Ich hoffe, dass es was bringt. Naja, ne? Drachenklaue. Haha, du bist vergiftet, du bist vergiftet, du bist vergiftet, du bist vergiftet. Haha, Opfer, Opfer, Opfer. Sehr nice. Okay, versuchen wir mal Twister, ob das irgendwie mehr bringt. Ist ja nur so eine Hoffnung. Ah. Das klingt schon effektiver. Red Bud. Lass mich leben. No, und ich muss kritten. Du bist doof. Sonst sind wir Weaver ein. Ja, gut, dann benutze deine Beere, okay. Citrus Berry. Ist halt bei Poison. Haha. Ah, versuchen wir es mal mit Feint. Ah, und er muss sich heilen. Er muss sich ganz aufheilen. Nein. Das war nicht cool. So, überhaupt nicht. Aber das ist ein Crit gewesen. Das ist cool. Ja, Protect. Du Arsch. Und es ist nicht mehr vergiftet. Scheiße. Ach, nochmal. Feint Attack. Los, komm. Haus um. Los. Ich glaube an dich. Weaver. Flamethrower. Oh, holy shit. Wir sind auch ein Typ Eis, glaube ich, oder? Hä? Alles überleben, Mama. Ja. Du mit deinem blöden Protect. Das geht mir auf den Sack, ja? Das bringt dir nichts. Hallo? Haha. Es gibt eine Situation, glaube ich. Eine einzige gibt es, in der Protect was bringt. Und das wäre vor zum Beispiel Solarbeam oder Hyperstrahl, wo er sich vorher einmal auflädt. Sonst ist es einfach nur AP, die man draufhaut. Sonst bringt es nichts. Gar nichts. Okay. Ähm. Nine Tails. Nö. Ach. Wohl Nona. Scheiße. Erinnert ihr euch noch an dieses eine Pokémon? Dieses Sedra, das wir hatten? Noch vor ein paar Minuten. Scheiße. Aha. Kacke. Wenn ich jetzt draufgehe, habe ich ein Eihal, ne? Nicht so pralle halt. Gigalift hätten wir sonst. Das ist, glaube ich, auch noch sehr effektiv. Glaube ich jetzt mal einfach. The Rockblast und hoffen wir läuft das. Ja, juckt mich wenig. Relativ wenig. Und es brennt. Ein Stein, der brennt. Oh mein Gott. Was ist hier los? What the fuck? Sehr effektiv. Ich sehe schon. Hm. Total. Na, nochmal Heatwave. Okay, meinetwegen. Hä hä. Sehr schön. Okay. Gibt das ein Level up? Bitte ein Level up. Das wäre voll toll. Ja. Sehr schön. Ähm, Litheon. Ja. Äh. Wir wechseln zu Duend. Ja. Zu Duend. Ist da, glaube ich, ganz gut. Weiß gar nicht, wie wir das das eine Mal erledigt haben. Aber naja. Passt schon. Ähm. Benutzen wir Fuey-Cutter, würde ich sagen. Pah. Hoffen wir, dass das auch gleich... Na, okay. Das muss ich erst wieder langsam aufwärmen und so, ne? Wie das so immer ist. Leafblade. Ah. Niedlich. Ah, und langsam muss sie... Doch. Ah, es kann graben. Es kann graben. Irgendwas sonst? Muss ich nicht Fuey-Karte draufgehen lassen. You stick. Okay. Sehr schön. Fuey-Cutter. Sehr gut. Okay. Na, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Nicht nochmal eingraben. Nicht nochmal eingraben. Ah, mein Ding. Naja, eigentlich nicht. Ich meine, das Ding ist noch nicht so gut, oder? Es gibt keinen One-Hit, oder? Ah, sehr nah dran. Sehr nah dran. Und es haut daneben. Warum? Ich hab dir doch nichts getan, Mann. Hallo? Komm schon. Komm schon. Fuey-Karte. Sehr schön. Okay. Liefer und besiegt. Da kommt jetzt, glaube ich, nur noch das Hypoten. Ja, wir werden wechseln. Das war es schnell downkriegen, möglichst. Äh. Bäh. Sky, mit dir hab ich nicht gerechnet jetzt. Überhaupt nicht. Wir sind aber stärker als Poden jetzt. Also vom Level schon alleine. Hoffen wir mal, dass es auch was bringt und alles. Buffeted by the sandstorm. Giga Drain. Hoffentlich haut das mal gut rein dann. Ah, okay. Muss ich, was er jetzt einsetzt. Earthquake. Ich habe volle AP. Das überlebst du, das überlebst du, das überlebst du. Das überlebst du. Ja, sehr gut. Ja, okay. Meinetwegen. Sandsturm. Okay. Ich glaube, ich darf noch einmal gleich heilen gehen. Äh, äh. Irgendwie doof. Irgendwie ziemlich doof. Vielleicht komme ich ja vorher erst noch nach Suenstown. Das wäre vielleicht ganz nett. Also ich gucke jetzt gleich mal ein paar Meter noch weiter in die Richtung. Und wenn da nicht irgendwie ein Pokécenter kommt oder sowas. Oh, yeah. A refreshing battle that was. Total. Ging eigentlich. The lab of Professor Aragi near... Äh. Da fehlt ein Verb. Ich brauche deine Hilfe. Kamiro, bitte komm da schnell. Okay. Ich will heilen. Möglichst schnell. Das machen wir jetzt eben noch schnell. Oder, warte mal. Da pausiere ich eben kurz die Aufnahme. Ähm. Wir sehen uns gleich hier wieder. So. Da sind wir wieder. Ähm. Hier. An diesem komischen Labor von... Dieser Professorin Aragi und so. Naja. Ähm. Schauen wir uns den Laden mal kurz an. Was ist denn hier alles los und so. Ah, den Armut ist old. It should be replaced. Okay. How many electric type Pokémon attackers. Ja, dann wollen wir euch doch mal helfen gleich. It would be terrible if I got an electric shock. Okay. Moin Sky. Hey Kamiro. You have to enter the basement and switch off the dynamo. We count on you, Kamiro. Ja, äh. Sky, jetzt geh du doch mal rein. Du hast einen Boden-Typ Pokémon. With this breakdown, our work is at a complete standstill. Okay. If the dynamo was broken, it would be a disaster. Und hier. Please switch off the dynamo in the basement. Ihr habt alle nichts zu sagen sonst, ne? The staircase will lead you to the basement. The dynamo is in the end of it. Ach ja, okay. Hier durch. Haha. Miep. Ein Pokémon. Ein Voltoball. Okay. Ja, aber kümmert mich wenig eigentlich. Kann ich da jedes Mal wahrscheinlich abhauen, ne? Will ich mich nicht mit anlegen? Tue ich auch nicht, ne? Also von daher. So. Okay. Ja, da sollte ich nicht drauf gehen. Da muss ich gleich rein, okay. Oh, wie war das hier alles, ne? Also man sollte ja hier nicht irgendwie unüberlicht irgendwelche Dings, äh, Türen erstmal auf und zumachen, weil das dauert dann nur länger und das muss ja nicht sein. So. Sedra, okay. Okay, 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 okay. Da komm ich nur da hinten zurück. Haha. Pokémon, lass mich in Ruhe. Ein Klang. Wayne. Okay. Dann wieder zurück und von Pokémon angreifen lassen. Nein. Ein Joltik. Wie knuffig. So, Juan. Muss ich mich nicht mit anlegen? Nö, sehe ich nicht ein. Aha. Überall so viele Biester. Voll uncool. Schämt euch was, ey. So, Juan. Und da hinten war noch ein anderer Schalter, den will ich auch noch eben kurz, ne, mir angucken. So los ist, warst du nicht irgendwie eher so Typ Pflanze und Typ Psyche? Keine Ahnung, was du hier so machst, ne? Wieso du dich hier verlaufen hast, ne? Okay. Oh. Hey. Kann ich wahrscheinlich auch nicht fliehen, oder? Da geht das. Abprobieren wir es aus, ne? Okay, geht. Ah, hier ist der Schalter benutzt, okay. Da. Kinders, was wollt ihr? Ein Klink. Ah, Kinders. Kinders, 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 Kinders. Laufen. Schneller. So. Wenn ich sie noch nicht benutzen muss, dann benutze ich sie auch noch nicht. Und wenn dann wieder irgendwelche Pokémon da drauf liegen, dann habe ich da auch keinen Nerv zu. Okay, ähm. Sehr schön. Miep. Noch ein Voltoball. Okay. Ich verstehe nicht, wieso ich hier immer vorgeschickt werde, ey. Schämt euch was, Leute. Ein Revive, okay? Nice. Nah. Okay. Okay, 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 okay. Elektrode. Na, kein Escape, okay. Hallo? Muss mich laufen, ja? Okay, und hier kommen wir dann zu diesem Dynamo, ja. Und im letzten Moment vorher muss noch eins kommen. Nein, ein Kling. Welches ich immer noch hasse. Ich habe nichts gesagt. Kamero stepped on the switch. Click. The generator appears to have stopped. Okay, dann wollen wir mal wieder rausgehen. Uns wieder von irgendwelchen Pokémon angreifen lassen. Mensch, 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 ey. Ich finde das unmöglich. Wieso können die nicht einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, bei sich mal hier unten aufräumen oder sowas, ne? Nein. Hey, kein Ding. Schämt euch was, ey. So. So. Äh, äh, äh. Und ein Clan. Ungloblich, du. One. Okay. Nehmen wir den. Komm hier dann raus. Will ich mal die Items da gleich nochmal aufheben. Ein Voltoball. Knuffig. Total. Sehr schön. Okay, ähm. Noch ein Elektrode. Elektroball war das, glaube ich, auf Deutsch, oder? Glaube ich. Ist jetzt mal so eine ganz einfache Vermutung. Ah, kann es gelb. Los, lauf. Cedra, lauf. Ah, Miep. Hallo? Ich will mich da nicht mit anlegen. Mein Gott, ey. Und hier? Full Heal. Okay. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Schalter muss ich jetzt hier benutzen? Gar keinen. Okay. Dann kam ich mal nicht auf der anderen Seite da hinten raus, ne? Oh, ein Geil-Van-Tula. Ah, interessant. So, ne? Really interesting. Okay, okay, okay. Äh, lass mich mal durch hier, Mensch. Was wollt ihr denn alle von mir? Ihr wisst doch sowieso. Erstens, dass ich weitergehe. Und zweitens, dass, wenn ihr mich angreift. Und wenn ich nicht weggehen kann, dass ich euch umhaue. Das bringt euch gar nichts. So, okay. Ich muss erst auf den grünen Schalter. Okay, okay, okay. Noch ein Solosis. Warum auch nicht, ne? Sehr schön. One. Ganze schnell und so. Einen grünen Schalter brauche ich, Leute. Einen grünen Schalter. Ich glaube, da hinten in der Ecke war irgendwo einer. Okay, lauf. Lauf schneller, Sedra. Ja, hier ist einer. Sehr schön, sehr schön. Ach, Voltobal, komm. Ich hab da keine Lust drauf, ja? Vielen Dank. Okay, Tür auf und weiter geht's. Da unten. Mann, verdammt. Was wollten ihr alle von mir? Okay, okay, okay. Sedra, sehr schön. Jetzt mach ich den hier. Lauf. Okay. Dann geht's jetzt hier raus. möglichst ohne noch tausend Pokémon zu, ne? Und so. Mann! Komm. Lass mich einfach laufen, ja? Go away, safely. Nice. Ich mein, das war dann hier irgendwie, ne? Ja, sehr schön. Okay. I'm studying the Habitat of Pokémon, and I found some great informations. You only find Castform in the Merge Island. Es ist auf Route V. Oh, Camero, du hast es geschafft. Komm her, bitte. All machines sind normalerweise operieren. Danke so, aber mein Computer hat ein strange Signal gesehen. Es sieht eine Submarine, neben Route T und Pure City. Es ist normal. Wir sollten eine Investition machen, Camero. Ich denke, das ist bei Team Aqua. Sie haben einen Office in der Pure Museum. Und die Blueprint wurde auch in den Oceanischen Museum ein paar Monate vorgelegt. Sie sind vielleicht über die Submarine. Sky, du solltest für andere Menschen helfen. Ich werde hier, um eine close Beobachtung auf den Signal zu halten. Ja, ich werde es jetzt machen. See you later, Camero. Ich glaube, dafür brauchen wir jetzt Dive. Wir sollten eine Investition über die mysteriöse Submarine neben der Pure Seashore, während Sky findet andere Menschen. Okay, an der Stelle würde ich sagen, wenn wir den Part im nächsten Part, ich weiß nämlich schon ganz genau, wo wir das höchstwahrscheinlich finden, werden wir uns die HMFly besorgen. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Pokémon Flora Sky. Bis dahin. Tschöö. Tschööö. Bis zum nächsten Mal.